Die Schweiz jubelt, Deutschlands daneben hadert. Irgendwie verkehrte Welt in Basel. Aber für uns Schweizer eine sehr schöne Welt. Fünf Tore geschossen gegen den zweiten der Fußball-Weltrangliste. Es war einfach ein Genuss, der Schweiz heute beim Fussballspielen zuzuschauen. Der Genuss begann in der 15. Minute. Dieser Freistoß war der Startschuss in eine starke Phase der Schweiz. Gökhan Inler verpasste das Tor zwar knapp, die hohen Bälle ins Zentrum sollten später aber noch viel Freude machen. Zuerst ging es aber mit flottem Kurzpassspiel in Richtung Deutschlands Tor. Tranquillo Barnetta sieht in der Mitte ihren Derdiok. 1 zu 0 Nach 21 Minuten führte die Schweiz nach einer Koproduktion der beiden Spieler, die noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehen. Barnetta ist auf Reinsuche. Derdiok wechselt zu Hoffenheim. Beide machen ein erstes Mal Werbung für sich. Der Minutenzeiger drehte nur zwei Runden. Dann lancierte die Schweiz diesen Angriff. Wieder war es Barnetta, der den Ball zu Derdiok spielte. 2 zu 0 Es stand bereits 2 zu 0 und der St. Jakobspark stand Kopf. Und erneut nur zwei Minuten später stand der gleiche Derdiok. Schon wieder alleine vor dem deutschen Torhüter. Ein drittes Tor wäre aber dann doch ein bisschen zu viel der Herrlichkeit gewesen. Die starke Schweizer Viertelstunde war noch nicht vorbei. Wieder ein schön vorgetragener Angriff mit Memedi beim Abschluss. Er zögerte aber ein bisschen zu lange mit dem Schuss. 30 Minuten waren gespielt. Die Schweiz führte 2 zu 0 und hätte gar höher führen können. Deutschland war aus dem Spiel heraus harmlos. Kurz vor der Pause musste daher ein Freistoß für Gefahr sorgen. Verteidiger Hummels stieg am höchsten und verkürzte. Sekunden vor dem Pausenpfiff sendete Mats Hummels ein kleines deutsches Lebenszeichen. Der Bundestrainer Joachim Löw begab sich im Stechschritt in die Garderobe zur Pausenansprache. Er wird seiner Mannschaft sicher gesagt haben, dass die hohen Bälle auf Derdiok weiterhin gefährlich sein werden. Die Spieler scheinen es nicht verstanden zu haben. 3 zu 1 für die Schweiz, kurz nach Wiederbeginn. Torschütze war wieder ihren Derdiok. Oder war da Admir Memedi noch am Ball? Ja, ich denke, ich habe spekuliert auf den Kopfball und habe ihn knapp abgelenkt. Aber jetzt weiss ich nicht, ob es mich ist oder sie ist gullisch. Hauptsache sie ist ihn. In der 64. Minute sorgte die Schweiz für eine weitere, nicht ganz klare Situation. Der Schuss von Schürrle war drin. War es die Sonne? War es ein Flatterball? Oder wieso hält Diego Benaglio diesen Ball nicht? Ja, das ist relativ schwierig zu erklären. Wenn ich das jetzt versuche zu erklären, dann klingt das immer ein bisschen nach Ausreden. Und das will ich nicht. Das ist ein Goal, das mir im Normalfall nicht passiert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Mannschaft sehr, sehr gut auf das Goal reagiert hat. Sie hat sich nicht aus dem Trip bringen lassen, hat einfach weitergespielt. Und so ist das schöne Ergebnis dann für uns geschlagen. Die Schweiz kannte schliesslich nach dem zweiten Gegentor die genau richtige Antwort. Stefan Lichtsteiner verwertete die präzise Vorlage Inlers zum 4 zu 2. Lichtsteiners zweites Länderspieltor ließ den Glauben an einen Sieg wieder ansteigen. Und bei Jogi Löw wurde der Ärger immer grösser. Seine Mannschaft spürte den Ärger und suchte wieder den Anschlusstreffer. Sie fand ihn nach 73 Minuten und mit gütiger Mithilfe des Zufalls. Überhaupt kein Zufall, sondern ganz geschickt gespielt war dann dieser Schweizer Freistoß. Admir Mehmedi mit dem 5 zu 3. Eine Freistoßvariante aus dem Lehrbuch war es. Und an Tagen wie heute trägt auch der Pfosten das Schweizer Trikot. Ja gut, das ist eigentlich kein so Trick, weil normal der Verabwehr nicht sich so nahe verhalten, wie eigentlich Deutschland sich verhält. In der Situation, man muss eigentlich erwarten, was kommt, wenn der Bau nur Alternativen dazu kann, falls einer mitläuft. Dann haben wir noch die Autodranquilla Panetta können anspielen. Und ja, die Mannschaft hat Freude daran. Die Mannschaft hatte Freude daran. Der Trainer natürlich genauso. Die Fans in Basel sowieso. Die Schweiz gewinnt gegen Deutschland 5 zu 3. Was für ein Fussballabend. Die Sar院 muss ja killings damit. Wer seine Künstler die Ist sie mich an und sie nicht verhältst. Da haben wir lange die Lose für Ehreusberg Meyer drübenden. Und jetzt lasse ich dich immer nochчас der Quintal. Wir sind in dieser Kirche und vielleicht? Ja, da sind abonnier. Das automatisch zu Verw Penn, auf Dürfen. Und da ... wir in der Linke an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020